Spielen pures Gold, ne? Hi Freunde und willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Auch wieder dabei von der Partie ist der Kampfzwerg132. Hallo. Und ja, wir spielen diesmal eine Runde Fortnite, pures Gold. Und ja, ich bin mal gespannt. Für mich ist das erste Mal. Ich werde bestimmt aufs Übelste verkacken. Aber Spaß, denke ich, wird es trotzdem machen. Das stimmt. Also ich... Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Das kann jetzt was werden. Ja, vor allen Dingen bei mir sieht man, ich bin gerade erst Level 5, also richtig Loob-mäßig unterwegs. Ey, schläfst du bis Level 5? Ja, ich hab's noch nicht oft gespielt. Weißt du jetzt, welches Level ich bin? Welches? 18. Du schummelst doch schon wieder bestimmt. Ich will haben. Boom. Hey, ich zähl mir die ganze Munition weg. Ey, ich wollte den Busch zerstören. Aber ich wollte gerade noch eine Knarre aufsammeln. Ja, okay, wo wollen wir denn landen? Mir egal. Such du aus. Okay, und raus. Und jetzt schon? Ja. Bist du hin? Da unten bist du. Jo. Ich würde sagen, hier erstmal auf dem Berg. Das sind wir ja schon ein Höhevorteil. Boah, effer. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier oben auf dem Berg bei den Mäuschen. Ja, ich bin hier unten. Jetzt holen wir mal schnell die Waffe da vorne. Ja, ich suche hier auch gerade nach einem Fisschen. Aber ich finde hier gerade irgendwie nur Munition. Echt jetzt? Ja, das ist richtig bitter. Naja, nee, da gehe ich jetzt nicht runter. Sonst verwecke ich. Erstmal schön Holz sammeln. Ja. Boah, echt jetzt eine Granate ist hier drin. Ach du scheiße, echt jetzt? Ach, komm schon. Jawohl. Da wird jemand beschossen. Ich bin's nicht. Bist du immer noch da oben? Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach unten. Ich freue mich hier gerade mal mit der Materie an. Ich mach mal kurz. Ich geh mal kurz hin. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, das nehme ich. Was ist denn bei dir los? Da war eine Falle. Eine Falle? Ja, ich gehe in den einen Raum. Beidefalls. Ach du scheiße. Wissen du, ach du bist da hinten. Wie bist du da jetzt hin gekommen? Keine Ahnung. Ich frag mich mal was leichteres. Nee, mir fällt gerade nichts leichteres ein. Ich glaube, meine Überlebenschancen sind nicht besonders groß. Nee, du hast gerade ziemlich wenig live. Aber ein bisschen Schild hast du ja noch, sehe ich gerade. Ja. Das könnte, das könnte, das könnte dir noch so einigermaßen den Arsch retten. Ach, ich hab die Hefte des Lebens. Sehr gut. Oh, was? Was wiegt denn da oben alles? Ich hab einen Busch gefunden. Hoffentlich erwischt mich jetzt hier keiner. Beim Hinlaufen. Bin gleich da. Wo bist du denn? Hast du schon eine Waffe? Nee, noch nicht. Deswegen, ja. Ich guck jetzt hier mal in der Garage nach. Ich komm mal zu dir. Ich sag, was du bist. Da bist du denn. Hier. Bleib mal schon. Ja. Ja, geil, danke. Irgendwann ist es etwas. Eine Schnipse. Wir sollten uns mal beeilen in die Zone zu kommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann lass mal hin. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich spreng. Ich spreng von einer Seite über den Zaun zu anderen und springe dann wieder zurück. Uh. Einfach so. Ja, dein Soldat hatte da ein bisschen Bock auf Jump'n'Run, würde ich mal sagen. Ja. Hier scheinen welche zu sein. Ich hab auch einen Scharfschutz zu gewährt. Ich hab dasselbe wie du. Hast du schon mal hier in den LKW geguckt? Äh, nö. Aber wir haben keine Zeit mehr, oder? Doch. Haben wir noch. Na gut, da war nix. Toi. Da liegt ein Trank. Jawohl. Gut, das will ich nicht mehr. Die gönne ich mir. Aber bisher haben wir ja noch ziemlich viel Glück hier. Nur wir schauen, ne? Aber vergesst nicht zu looten. Im Fall eines Angriffs, dann können wir uns wenigstens eine Mauer basteln. Ja, ich hab genug. Das ist gut. Bist du das? Ja. Wir haben jetzt. Oh, warte, ich komme nochmal runter. Ach, hier. Ja, sicher. Habe ich so mal mitgebracht. Achtung, 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 Achtung. Drei Leute, WTF. Wo? Nein, lass ich rein. Geht, der kommt. Weil Leute kommen da. Ja, die soll mal reinkommen. Ich warte schon. Ja, ich hab' ihn gesehen. Geht jetzt ja ab. Nein. Ich bin down. Ich spreche auch. Aha. Hast du das gesehen? Ich hab' einen Kill gemacht. Hm. Gut. Äh. Ich glaube, da ein Telefon kringelt. Ja. Ich kann jetzt nicht. Ja. Hallo. Ja, wie schaut's aus? Gut. Ja. Hast du den Kleinen abgeliefert? Ja. Und hat der Spinner noch was gesagt? Nee, der hat nur doof aus dem Fenster geguckt. Aber ich hab mir den Spruch verknüpfen. Ja, hat auch keinen Sinn. Ja. Ja. Du brauchst ihn schon gar nicht, ne? Genau. Genau. Na gutchen. Na gutchen. Ja. Ja. Habt ihr noch ein 10 Liter aber jetzt? Ja. Habt ihr auch nichts gegessen als Dieter jetzt? Nein. Und war der Kleine ja ohne Winter gegessen, war? Ach, der hat genügend gegessen. Ja, ne? Ja. Ja. Na gut, ich hab noch Badewasser am Laufen. Ja, nee. Dann hol dich in die Bande, ne? Ja. Das hat der Keller an jetzt gesagt, wie in der Schule es liegt. Ja, der will sich da noch drum kümmern. Aber Mann hat er nicht gegessen, ne? Nee. Alles schlecht. Alles klar. Ciao. Ciao. Oh, Mann. Eigentlich wollte ich das Telefon auf stumm stellen. Das Telefonat war jetzt eigentlich nicht so geplant. Alles klar, ich bin bereit. Ich auch. Und jetzt. Oh, das wollte ich nicht anfangen. Ich bin auch dumm, ne? Wollte auf stumm schalten. Und was macht Paddy, Alter? Stellt voll auf Lautsprecher. Oh, Mann, ey. Aber ich hab noch ein Pill gemacht. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Weißt du wie? Wie? Der Typ, der dich getötet hat, ne? Ja. Den hat mich noch eine Granate vor die Nase geschmissen. Eine Runde Dancen hier. Ja, nice. Voll die Dance-Party hier oben. Was geht denn ab? Haha. Läuft auf jeden Fall. Ihr fliegt gleich alle runter. Nö, ich bin schon unten. Du hast eine Spur zu langsam. Egal. Meine Munition ging mir aus. Hahaha. Ah, geht gleich durch. Ja, sag dann an, wo es rausgeht. Ja, nice. Nächste Woche werde ich mir dann erstmal einen Season Pass ziehen. Von? Hier von Fortnite. Kostüm und Fehlern. Jo, ich auch. Ach, den Battle Pass, ne? Ja, genau. Battle Pass, ja, wie ist es? Season Pass, Alter. Was ist denn heute los mit mir? Boah, den will ich mir auch noch irgendwann holen. Da gibt es echt geile Preise. Ja, habe ich auch schon gesehen. Basti hat denn ja, ne? Hm. Achso, du bist das. Jo. Erschreck mich noch nicht so. Ich habe den Namen zu spät gesehen. Hahaha. Hier ist ein... Ich dachte, du bist ein anderer Spieler. Das ist ja aber schnell die Truhe eingesammelt. So voll panisch. Wie man das aus? Jetzt brauche ich nur noch eine Knarre. Ist da keinem im Haus? Ja, ich habe eine gefunden. Und wie es aussieht, eine Pappgun. Oder? Ich wollte mal aufs Auto schießen. Oh nein, das ist beschissen. Ey. Bist du gerade im Haus drin? Bei mir? Nein. Ich bin nur im Haus drin. Ach, ruhig. Hast du sonst noch was? Oh nein, ich bin nur im Haus drin. ich mag dir mit einem schuss nur ein schuss kommen sicherheitshalber nehme ich die mal mit so kann man auch durch die wände gehen ja das mache ich bei mir zu hause auch immer hinterher muss ich sie zweimal wieder neu hochziehen aber egal erst mal in die zone rein auf jeden fall das war zu dem krater gehen da bin ich auch dafür er ist in der nähe bis jetzt was ich so vom bu4 gesehen haben richtig geil und du weißt schon dass sie das doppelsprung rausgenommen haben richtig göttlich also ich habe schon diese woche entschlossen dass ich es nächste woche donnerstag vorbestellen allein auch schon wegen der private beta ich höre jemanden schießen ich weiß das ist ja echt scheiße die sniper ein schuss nur folger so ein abfall ich dachte ich kann den da jetzt richtig nice wegschnipen aber voll die arschkarte dein herz was du hast du bist du gar nicht hier bin ich ja belebt mich wieder belebt mich mal wieder ich habe mich mal wieder da ist noch einer weil es beide ich sehe ihn ja ich glaube das packt man nicht mehr oder doch nein er hat mich er hat mich fach er hat mich ich bin egal ich scheef aber egal sind ja auf jeden fall aber wenigstens konnte ich an den einen noch rache ausüben du hast ihn getötet ja klar meint sich schießt den an um hallo zu sagen ja jetzt wer ist dann hat er mich wieder lebt dann sind wir trotzdem gestorben weil auch vier leute oder so waren ja auf einmal auf einmal stand da einer so zehn meter vor mir bevor ich schon meine knarre ziehen konnte hat er mich erledigt ich habe mich gebrochen wo der her kam auf einmal da kamen viele auf einmal ich dachte was ist da los ich habe auch so gedacht was ging jetzt auf einmal ab ich spiele psychopat ich würde sagen hier gehen wir runter können wir noch gar nicht schade jetzt wo bist du ausgesprochen sagt was jetzt ja ich auch nein ich will dich da landen wo schon alle sind wo bist du auf dem berg ach doch hier auf dem berg ja na gut da ist ja ich auch wie wollte ich sie holen was für flaume schneller wo gehen wir dann hier runter muss sagen hat gelesen was sind der typ hat sich selbst getötet idiot naja obwohl gut wo ich zum ersten mal das spiel gezockt habe offline also jetzt nicht gerade in der aufnahme bin ich auch übelst abgekackt hier runter da wo ich mal eine schöne knarre herkriege falls ja da du komm her wir gehen noch mal zu den zwei hütten vielleicht hast du glück und kriegst du ein bisschen munition ab und ich nicht narre ja wir wollen kurz zu den hütten ich gehe in das rechte hier war nur ein stein so ein scheiß alter ja nicht mal eine waffe nur so ein dämlicher ziegelstein ein richtiger bullshit nice dann gibt es hier noch was aber auch schon wieder nur ein stein ist heute tag der steine hier oben gibt es nichts mehr da habe ich auch gerade festgestellt lass mal in die zone ja bin direkt hinter dir ich habe keine ahnung was ich habe zum munition gekriegt aber nicht für die waffe da na super das hat sich ja mal gelohnt würde ich mal sagen ja ich habe auch nur 16 schuss reicht vielleicht gerade reicht vielleicht gerade mal um eine flaume zu erledigen ich habe mir die flue Ja, da sind wir nicht. Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Oh nein, abgeschmiert. Du bist auch runtergefallen? Ja. Ja, jetzt bin ich drin. Äh, da wollte ich auch runterfallen. Aber die Truhe wird schon geplündert. Okay, wir müssen weiter. Du? Wo bist du? Ich bin hier. Was, ein Ferrari? Wieso? Hast du hier so ein Super Mario-Torbo-Pilz gegessen? Nö. Und? Nein! Ja, Thor! Nee, ich hab daneben geschossen. Ich hab bei dem anderen Gebäude in der Halle dort im Spiel ein Tor gemacht. Wer hatte bei dem Turnier da dieses Eintracht-Dingens damit, das ist ja ekelhaft, ey. Das, die Flagge haben wir gekriegt. Boah! Weil wir drittmal geworden sind. Mhm. Aber die würde ich im Leben nicht freiwillig einmal anfassen. Jetzt muss der Drittligiste schon so Werbung machen, ey. Weil denen alle Fans abspringen. Da sieht man so ein richtiger Bauernverein, ne? Ja. Ja. Eintracht-Braunschwein. Naja, ich hab auch die meisten Toren in meinem Team gemacht. Mhm. Von unserer Einrichtung. Oh, ich hab ne Bombe. Die hebe ich mal sicher jetzt halber auf. Ich hab ne Passes Schuss. Ist so, ne? Ja. Haha. Ach, das ist dieselbe nochmal. Ich brauch die nicht. Naja, Latte, falls mir die Munition ausgeht. Komm, wir bauen uns mal hier hoch. Nee, ich stehe da hinten nicht. Eigentlich los. Aber es klappt nicht. Naja. Ich hab so wenig Material gehabt. Oh, was mach ich denn? Hast du das geschossen? Ja. Wenn man kommt so schneller vorwärts. Hm. Nee, kanns auch nochmal raus. Schade, dass man das Boot nicht nehmen kann. Hm. Mhm. 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 Das ist hier. Mhm. hier ist nix am stark ich habe was gekriegt wieso was hast du gekriegt der minigun jawohl dein herz Jo, ich wollte die Tasche höher. Achso, sag das doch. Geht nicht. Egal. Ich auch. Egal. Oh, ich sehe was. Was will ich haben? Ey, da sind zwei Thronen. Dreh in eine. Ja, nice. Ich nehme die rechte. Warte, tschuldigung. Hier. Nimm mal das. Oh, ein Schilddrang. Nice. Wurde geschluckt. Wurde geschluckt. Wo bist du hin? Ich bin noch. Ich bin noch. Hey. Da ist jemand. Ja. Nein, ich bin auch tot. Wurde geschluckt. Wurde geschluckt. Wurde geschluckt. Wurde geschluckt. Ja. strongly. Ich bin auch immer wieder. Tschau. Auch.